Mahlzeit und willkommen zurück bei MagiCrunch. Wir spielen Naruto weiter. So, er lädt ganz schön lang. Es geht weiter mit den beiden Oshia. Los geht's. So, er lädt ganz schön lang. Oh, Itachi, Anbu gegen Chizui. Wer sind wir? Oh, wir sind Chizui. Den habe ich noch nie gespielt. Oh, interessant. Nice. Oh, wow. Oh. Passiert erstmal. Oh, der hatte Erwachen drin. Das habe ich gar nicht gemerkt. Gucken wir mal, was der überhaupt drauf hat. Errm. Nee, hier, Kombo-Liste. Planbare Schwert, Orkanschwert, Feuerversteck, Kunst der Phönixblume, Flammengeschoss. Okay. Oh. Da hatte wieder Erwachen drin. Sehr nice. Oh, ich will ihn ja mit dem ultimativen Jutsu besiegen. Nicht mit dem normalen. Oh, 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 oh. Jetzt kassier ich ordentlich. Nicht erwischt. Oh, er reicht immer raus. Jetzt habe ich ihn. Sehr schön. Verdammt nice. Der wurde zwar oft erwähnt, aber gesehen hat man den nicht so oft im Manga. Ist echt nice. Okay, ich habe 100.000 Ryu bekommen. Sehr nice. Ein paar Charaktere und Titel. Sehr schön. Wie ist das? Ich habe mehr Wiener als du jetzt. Du bist richtig. Ich glaube, ich verbegebe. Wenn du nicht so verletzt hast, dann könnte es das anders enden. Du hast das gesehen, oder? Die geben sich aber komisch die Hand. Komm, Itachi. Wie lange habe ich dich kennengelernt? Ich weiß, was es darum geht. Ich nehme, dass es nicht gut ging. Entschuldigung. Ich habe alles gemacht, was ich konnte, aber die einzige, was ich konnte, war, um den Plan zu verlassen. Das ist ein Kurs von unserem gesamten Klan. Wir wussten immer, dass es nicht leicht wäre, sie zu verletzen. Das ist ein Kurs von ihnen. Der Wille zu machen, ist viel stärker, als wir erwarteten. Das gesagt, die Plan zu verlassen, ist immer ein großartiges Ergebnis. Und wie geht es mit dir? Du sagst, dass du versuchen, ein paar Allies zu finden. Ich bin Angst, dass es nicht gut geht. Für besser oder für schlechte, sie sind Teil des Uchiha-Klan. Also, ihre Verbindung ist stark. Oh, komm, nicht mir diesen Blick. Remember, das ist du und ich, die wir sprechen über Itachi. Also, keine Angst. Es wird gut. In welchem Fall, du schaust einen Augenblick und arbeiten aus der Mitte. Ich arbeite bei einem anderen Weg. Big Brother! Big Brother! Hey! Da du bist! Ich bin praktisch in überall für dich. Oh, sorry. Yo! Shisui! Sasuke, was du hier machst? Hey! Was waren die beiden, über die Frage? Komm mal, erzähl mir, erzähl mir, erzähl mir! Du bist noch zu jung, zu wissen, was das. Was ist das? Was? Ich bin nicht Teil der Gruppe, jetzt? Entschuldigung, Sasuke. Vielleicht nächste Mal. Du bist immer so großartig. Du bist immer so großartig. Das ist einfach nicht fair. Was ist das Schatz? Amidemann, wenn ich Sasuke rausgebe, aus dem alles. Okay, Sasuke. Warum nicht ich dir? Wirklich? Du bist der beste, Shisui. Du siehst? Wir sprachen nur, welches uns ist stärker. Ich oder deinem Bruder. Ich meine, ich weiß ich viel stärker als er ist, aber er einfach nicht accepts die Wahrheit. Sag mal, Sasuke. Du bist die Wahrheit nicht? Dass ich viel stärker als er ist. Nein, du bist nicht. Oh? Ich meine, sicher, du bist stark, aber komm, mein Bruder ist noch viel stärker als du. Oh, wirklich? Aber ich bin größer als er ist, also ich denke, dass es nur natural ist, dass ich... Die Zeitung hat nichts zu tun mit einem Ninja zu sein. Aber du weißt, nicht vergessen, dass ich das Sharingan habe. Mein Bruder hat das Sharingan auch. Also mein Bruder wird nicht zu dir verlieren. Ist das nicht richtig, Big Brother? Shisui, du... Right, Big Brother? Komm schon, erzähl ihm, du bist stärker als Shisui, richtig? Well, das ist... Es ist toll, dass du eine Familie bist. Ich kann es nicht helfen, aber fühle mich das, wenn ich diese beiden sehe. Ich werde nicht die Klan-Schämme, um zu zerstören, solche Dinge wie diese. Nichts, egal was, muss ich zurückkommen. Shisui... Hm? Ich glaube, wir werden zurückgehen. Es ist fast Zeit für Abendessen, und wir wollen nicht bald sein. Und ich muss mich für morgen vorbereiten, auch. Oh, das stimmt. Du hast eine Mission, nicht wahr? Ja, ich glaube nicht, dass es zu lange dauert. Ich sollte zurück in ein paar Tage sein. Mach dein best, Hitachi. Ich mache das, was ich kann, auf meiner Seite. Shisui, bis zum nächsten Mal. Ja. Nichts, was ich muss zurückgehen. Ich werde ein Stopp in das. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Wie geht es? Das Klo ist noch in der Lage. Hirazen, was ist dein Plan jetzt? Wenn wir nicht mehr Zeit bleiben, dann wird es zu lange. Es wird zu lange. Ich verstehe. Als ich das Deutsche, manchmal ist es notwendig, für dich, zu machen. Es ist nicht das jetzt, wenn du das jetzt tun hast? Bitte, warte. Wenn ich so, habe ich eine Alternative. Es gibt ein Plan, ich möchte versuchen, wenn du mir verletzt hast. Ein Plan, du sagst? Das ist ein Verbrauch von Zeit. Es gibt keine anderen Optionen. Was ist dieses Plan, Shisui? Ich werde meinen Mangekyo Sharingan auf der Klan benutzen. Du wirst wirklich verstehen, was du sagst? Du wirst immer wieder mit dem Sinn benutzen den Jutsu gegen dein eigenes Klan. Ich verstehe. Aber trotzdem ist es wert, dass ich das, was ich anzurechen. Lord Third, bitte. Wenn du das glaubst, werde ich dich nicht verletzen. Mach das, was du musst. Danke, Herr. Insofern, du kannst zurückgehen und verletzen deinen Plan, wenn du dein Geist verletzt hast. Remember, es gibt noch Zeit für alle von uns, um andere Alternativen zu denken. Entstanden, Shisui? Ich habe keine Erinnerungen. Ich benutze meine Sharingan und verletze, um alle zu verletzen. Das wird nicht schwer sein. Ich sollte schnell sein. Ich werde schnell sein. Ich werde mich nicht mehr so gut für mich verletzen, ohne ihn. Aber das wird dich zusammengebracht, als Familie. Das ist das wichtigste. Das wäre für mich verletzend. Gut. so it's the foundation that means the person behind this is very fast well reasoned she's we of teleportation tonso all of you just stay back what's the meaning of this why are you getting in my way go to a much coming a visual jutsu that creates false experiences such incredible power but what a waste to use it merely to stop a cool how unfortunate that an uchiha doesn't know how to use the shiongan if you used your visual jutsu on the clan as long as the uchiha clan exists it's highly doubtful that another coup can be avoided and even if your plan worked it is only for this instance there is no guarantee that the same thing will not happen again on the contrary it probably will happen again sooner or later the hidden leaf village will have to deal with the uchiha if so by exterminating the uchiha now the future of the village will be secure don't you think don so you were plotting this all along this is all for the sake of attaining true peace for the leaf she's we do not worry i will make good use of your eyes oh gegen danzo oh gegen danzo for the battle begin i'll take your eyes now she's me dammit i expect danzo here don't underestimate sacrifices needed to maintain the village why don't you understand this the whole presumption that you need to sacrifice is where you go wrong Oh, das ist ja schon. Sehr schön. Oh, es hat er mich. Ja, dieser Wachen-Modus hat es echt drauf. Oh, erwischt. Und noch mal hinterher. Sehr nice. Oh, er hat es ganz knapp überlebt. Also noch mal hinterher. Und dritte Mal. Sehr schöner Kampf. Oh, nur Rang A. Stellt jetzt Rang S erwartet. Schade. Oh, Teil 1 Sakura. 110.000 Ryo. Sehr schön. How persistent you are. You've earned your reputation as the strongest of the Uchiha. I suppose I must force an opportunity upon you. That's one down. I can't let this happen. Lordanzo. Get him. He couldn't have gone too far, after all. Yes, sir. Yes, sir. I must have inhaled some of that gas. Damn it. This is it. Shisui Uchiha. I... Aim for the legs, not the face. Right. Now. I'm not finished yet. I'm not finished yet. I'm not finished yet. I'm not finished yet. So ein Feuerball jung. Ich dachte, dass du auf eine Mission warst. Something nicht richtig fühlt, also bin ich zurückgekommen. Ich bin froh, dass du das gemacht hast. Entschuldigung für das Problem. Die Grundlage ist involviert. Unfortunately, es scheint, dass es nicht möglich ist, um die Uchiha zu verhindern. Wenn die Krieg in der Krieg zerreste, die neighboring Länder werden, und die Krieg beginn. Ich habe mir gedacht, um die Kotoa Matsukami zu verhindern. Aber Danzou hat meine righte Augen genommen. Er hat nicht gezwungen, was ich versuchen, zu tun. Und er wird auf alles, um zu schützen, die Schleifelge zu verhindern. Sie werden wahrscheinlich auch nach meiner Schleifelge zu verhindern. Bevor das passiert, ich will, dass du es zu haben. Shizui. Du bist wirklich der einzige Freund, die ich verhindern. Ich schütze die Schleifelge und die Uchiha-Name, auch. Und das ist nicht die einzige Sache, die ich dir geben muss. Ich werde dir einen neuen Macht, auch. Die Mangekyo Sharingan. Shizui. Du kannst nicht. Ich werde nicht lange dauern, aber ich werde es für eine Schleifelge zu verhindern. Ich werde es für eine Schleifelge, meine Schleifelge zu verhindern. Was ist mit dem Schleifelge zu verhindern? Ich kann auch so sehen, dass ich die Schleifelge zu sehen. Ich werde es für eine Schleifelge zu verhindern. Ich werde es für eine Schleifelge zu verhindern. Ich werde es für eine Schleifelge zu verhindern. Du hast recht, mein Freund, das ist mein Liebge. Das ist das, was Hitachi-Uchiha. Ich bin Positiv, dass du das kannst. Also nicht darüber beschäftigen. Es wird alles gut. Ich werde es mit deinem Willen. Ich will ich, Ichiha. Von jetzt an, du kannst du durch einen langen, dunklen Weg gehen. Eine, die mit Schmerzen und Schmerzen ist. Ich muss mich entschuldigen, dass ich nicht mit dir durch das alles sein kann. Ich hoffe, dass du nicht von deinem Weg schlägst. Und du stehst, wie ein Leaf-Ninja. Ich glaube in dir. Das ist das Grund, dass ich dich versuche. Mangekyo, für meine Wille. Und das Mangekyo. Danke für alles. Ich denke, dass das Ende der Straße für mich ist. Aber das wird ein neues Weg für dich. Und ein neues Kraft. Gut, Itachi. Jetzt kommt der Zeit. Mach ein neues Weg für dich mit deinen eigenen Händen. Du kannst es. Ich weiß, du kannst. es In Otto zu verФõ. ... ... ... Ich殻ge dafür... ... ... ... Und zu dir. Rest in peace, Shisui. I will carry on your will. I will move forward, believing in the path I choose for myself. That will lead to the future of the village. It will save my younger brother and the Uchiha. For that... I will walk in darkness with these eyes. So, das war's mit den beiden Uchiha. War ja recht kurz, hab auch nicht so viel sagen können. Ähm... Und nächstes Mal geht's weiter mit am Ende des Begehrens. Ich sag mal, Mahlzeit. I will never get to. 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 Vielen Dank.